So, wir sind hier gerade einmal verreckt und, äh, verreckt direkt nochmal. Und wir sitzen hier gerade mitten in der Scheiße, würde ich sagen. Ja, das bestattet sich. Irgendwie treten wir uns nicht. Na, jetzt auch mal wieder der Tor. Ich glaube, ich würde mir jetzt erstmal das Mucini wieder vorne vorknöpfen. Wie vorhin auch schon. So, richtig, einer weniger. Hey, 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 direkt schon oben am Seil gekriegt. Und noch einer. Ein bisschen hier den Feindzulauf stoppen. Noch während er dabei ist, dran zu gehen. Oh man, da war jetzt diese Wand im Winkel. Nein, da muss ich nachladen, ich hätte ihn gehabt. Jetzt kann er sich vorkämpfen. Irgendwie nervt mich das gerade. Ach, was scheiß zählt ist, der da rumhängt. So, dann drücken wir doch mal eine Runde vor, Jungs. Werden die in ihre Ärsche treten. In ihre Terroristen-Arsche. Ja, mach ihm Platz. Befeilung! Schon dabei! Die stehen auf dem Knall, den ich ab. Das ist, muss ich sagen, eine wachtliche Leistung. Los! Positiv. In Position. So, dann. Auf zur nächsten Position, Jungs. Ich warte nur drauf, dass sie sich hier wieder abseilen. Warte ich nur drauf. Musste schon nicht passieren, aber... Bevor wir jetzt den ganzen Tag rumstehen... Das gehen wir lieber mal etwas mehr. Wo sind die denn? Ich sehe sie nicht. So, da ist er drauf. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Mike, schließt ihr an. Vorsicht, könnte verkabelt sein. Dann zieht ihr euch jetzt mal diesen Bomben-Van rein. Ja, diese Karre ist echt bombig, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Der ist leer. Wollt ihr mich verarschen? Keine Bombe. Aber hier liegen Gasmasken. Eindeutig, weil die mich verarschen wollen. Wir gehen zuerst zur Arena, dem wahrscheinlichsten Ziel. Lawrence ist am Rohr. Bishop, wenn Sie C-Waffen einsetzen, würden die kleineren Gebäude mehr Sinn machen. Fangen Sie da an. Alles klar. Okay. Muss ich zwar nicht verstehen, aber... Ich muss ja einfach nur ein. Neuer, potenzieller Eingangsruf. Wenn ihr oben an der Treppe nach links geht und an der Seite des Gebäudes entlanglaufen, könnt ihr durch die Fenster stürmen. Gott, ey. Was habe ich denn da losgetreten? Ich mache die Tür auf und schon bricht ein Feuersturm über uns. Sehr recht, jung. Wir werden wahrscheinlich viele Eingänge finden. Das erleichtert die Aufklärung. Das ist jetzt aber ein offenes Fall, platziert zu werden. Ich neige dazu, jetzt irgendwie von oben einzudringen. Weil wenn wir von oben kommen, dann ist es eventuell leichter, sie quasi von oben niederzuschießen. Ist so meine Idee. Ob es klappt, weiß ich nicht. Eindringen vorbereiten. So, was machen wir jetzt? Schmeißen wir Granate oder Smokenöl zu? Ich bin dafür, wir befestigen eine Türladung. Wir brechen einfach neu auf. Nicht zu viel Kraft machen. Kontakt, da rein noch jemand mit! Der ist doch auch perfekt mit alles. Das ist doch irgendwie anders. Klar. Kann sich ja auch spüren. Sehr, sehr, sehr unruh. Es geht ja richtig auf die Packung hier. Hi! Steht da einer so auf dem Dach rum. Unbegreiflich, unverständlich. Wir wollen alle aufs Maul. Mit dem hat er ein paar Kugeln bestellt. Ich stehe so kurz vor der Auslieferung. Da raucht etwas Blei für unsere Freunde. Ja, wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Da raucht irgendwas, aber... Äh... Geh ich da jetzt runter? Nee, noch nicht. Ist mir noch zu unsicher. Wie sieht es denn hier so aus? Nee, von hier hat man halt schön im Deck. Aber wie viele sind denn da? Es werden immer mehr. Ich glaube, ich werde doch mal kurz wieder zur großen Kanone umsteigen. Da sind doch noch mehr. War es doch nicht etwa schon. So, dann... Macht mal sauber, Jungs. Ey, ihr sollt da runter gehen. Ah, nee, jetzt nehmen sie den Seitengang. Okay. Sehr, sehr schön. Da haben wir sie jetzt so und dann kommt man jetzt. Ich habe immer Angst, dass da noch welche von Oberlicht rum herstringen kann. Wo? Ich merke es? Es sah doch alles so schön leer aus. Oh, ich höre es schon. Ja, komm, geh weg, sonst... Äh... Der Piss dich, scheiß Zivilist, ey. Der Oma soll ich hier haben! Hehehe. Starbarte! Trinkt nix. Wo sind die denn bitte? Macht sie alle! Auf dein Seiten! Okay. Einer kommt um die Ecke. Wie geil, überall diese Bröckchen. Ich habe mir etwas filetiert. Hallo, hier ist die Rezeption. Kanada! Wir haben gerade Terroristen zu Besuch. Bitte versuchen Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Vielen Dank. Dieser Anruf kostet Sie nur 2,65 Euro die Minute. So, das muss jetzt auch mal sein. Schon komisch, wenn da Telefone klingeln. So, da. Okay, das ist klassisch schön milchig geworden. Da sieht man erstmal nix mehr durch. Das ist auch gut so, denn wo man nix durchsieht, da werden wir auch nicht beschossen. Da kann ich da auch was machen. Kann ich die Tür aufmachen? So, jetzt schicke ich mein Team noch hin. Eindringen vorbereiten! Aufstellung! In Position! Öffnen und säubern! Kann man auf zwei Etagen vordringen. Ich höre nichts mehr, aber ich sehe ihn. Das ist gut. Von wegen sauber, Jungs. So, da ist aber auch keiner drin. Kommen die denn jetzt hochklettern? Und, ey, ihr solltet eigentlich da hochgehen. Also so mit kürzestem Weg haben sie es nicht so. Oder zumindest nicht mit dem Weg, den ich gerne hätte. So, hier sieht auch alles gut aus. Was ist das denn? Komisches Zeug da, was da so hochsteigt. Hat ja mal so gar nicht Wellen des Charakters. Irgendwie Generator, keine Ahnung, Heizung. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Nicht gesund. Fühltanks, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so, dass ich mich hier länger aufhalten möchte. Okay, der Gang ist sauber. Schon mal Glück gehabt. Und einen neuen Checkpoint. Das ist auch immer gut. Oh, oh. Das sind doch mehr, als ich dachte. Oh, da ist... Oh, eine Kletterhalle. Wahrscheinlich sind da ganz viele Terroristen. Ich kann nicht mein Glück kennen. Wenn ich mein Glück kenne, sind sie da aber. Also. XV. Hä, komm, nicht blocken. Ja, da sehe ich doch schon den Nummer 1. Hat hier jemand eine Verabredung mit meiner Sniper. Und rennt natürlich prompt aus dem Schussfeld. So, wo sind die denn jetzt? Ich höre sie, sie sind doch hier überlappt sein. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, da oben ist er im Wagen. Da oben ist er. Da fällt er auch tot am Sniper. Schade. Da kommt doch noch einer. Oh, oh. Wo sehen die denn? Mit dem Tango ist ja keiner. Uhu. Na gut, dann. Wollen wir doch mal. Ach, da geht's hoch. Da muss ich wohl wahrscheinlich mich hochcampen. Anstatt irgendwie... Keine Ahnung, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass es da hinten wieder weitergeht oder so. Dann müssen wir jetzt halt hoch. Was? Macht die Tür auf und kassiert einen Headshot? Im Ernst jetzt? Verdammte Scheiße. Vielleicht können wir jetzt halt für das ganze Gelände einfach säubern. Das ist doch mal eine Maßnahme. Ey, du bist kein Regisseur, also... Erzähl mir nicht, so kann ich nicht arbeiten, sondern mach dir eine Arbeit. Erzähl mir nicht wie, Hauptsache mach sie. Wie er da runterfällt. Sehr, sehr cool. Aus welcher Seite schicke ich dir jetzt eigentlich? Sehr uncool. Fuck, da haben sie ihn getötet. Sehr, sehr uncool. Okay, also müssen wir uns doch intelligenter vorher... So ist es nennen. Sehr, sehr schön. Eindringen vorbereiten. Aufstellung. In Position. Öffnen und säubern. Wird gemacht. So, dann räumt mal auf, Jungs. Ich hab jetzt schon... ... so einen gewissen Plan, den ich jetzt vorher sehe. Ich hab vor, mich jetzt da gleich hochzuschleichen. Ich hab jetzt vor, einfach mal hier jetzt... ... mich durchzuschlagen. ... während mein Team mir hier unten... ... arschfrei hält. So, dann schlag ich mich jetzt hier mal durch. Wird jetzt wahrscheinlich direkt wieder abgeknallt. Kommt mal her. Ah, da kommt der Erste. Kommt jetzt beide. ... dann macht auf. Und los geht's. So, da oben haben wir einen. Da ist auch irgendwo einer. Ich merke's. So, da oben chillt auch noch einer. So, hier ist man auf jeden Fall ein guter Entdeckung. So, hier ist man auf jeden Fall ein guter Entdeckung. So, dabei.